Ich meine, ich habe keine Flügel mehr. Ich weiß auch nicht, wie ich fliegen kann. Ich hätte einen Panzer. Ich glaube nicht, dass es gewollt ist. Weg von der Tür! Hey, Miss Kerle! Jupp. Flieg da rein, komm schon. Na, ich krieg dich. Gut, kann ich da jetzt reinfliegen? Okay. Danke. Ich hoffe, ich muss ja auch direkt rein. Anscheinend. Gut. Dann wollen wir die mal suchen, ne? Vielleicht mal Kiel angehen, das ist vielleicht sicherer. Ja. Der Räubling muss sein heiliges Werk verlinken. Der Räubling. Man kann es gehen kommen, oder was? Doch, ich lass... Lass mich entkommen. Puh. Puh. Das war eine Geburt. Aber solange es geklappt hat... Noch haben wir es nur noch nicht ganz geschafft. Komm, Mensch. Es ist leicht. Nimm das Symbol in deine Hand. Und tu, was man dir sagt! Bitte, vorsichtig! Diese Reclaimer ist empfindlich! Noch ein Wort, Orakel, dann reiß ich ihn hier auf, aus! Was nichts im Vergleich zu dem ist, was sie erwartet. Tartarus, aufhören! Unmöglich! Legen Sie es hin! Hinlegen und die Hierarchen verraten? Es gibt Dinge an Halo, die nicht einmal die Hierarchen verstehen. Vorsicht, Gebieder! Was Sie sagen, ist Gäzerei! Wirklich? Orakel, was ist Halos Zweck? In Ihrer Gesamkeit sind die Siege... Kein Wort mehr! Bitte! Nicht die Glühbirne erschüttern! Wenn Sie Ihr Gehirn behalten wollen, sagen Sie denen, Sie sollen die Füße stillhalten! Bitte sehr, Sie sind dran. Die Heiligen Ringe, was sind sie? Ultimative Waffen, gebaut von den Blutsvätern, um potenzielle Flattfeinde zu eliminieren und zu harmlosen Parasiten zu machen. Und jene, die die Ringe fertigten, was geschah mit den Blutsvätern? Als alle taktischen Möglichkeiten ausgeschöpft waren, aktivierten sie die Ringe. Sie und jegliches intelligente Leben, drei Radii vom galaktischen Zentrum entfernt, starben. Wie geplant. Möchten Sie die relevanten Daten sehen? Tartarus, die Propheten haben uns verraten. Nein, Gebieter! Die große Reise hat begonnen. Und die Brutes, nicht die Eliten, werden die Propheten eskortieren. Komm, danke! Komme ich einfach rüber? Jetzt komme ich da rüber. Wo bist du, Hammerguy? Ich erinnere mich noch an den Superhammer aus Halo 3. Ist der das? Oder ist das so einer? War immer meine Lieblingsnahkampfwaffe. Dich halten wir noch auf, keine Sorge. Hammerguy. Das ist Hammer Time. Ich mach dich kaputt, Timeless, heute. Oh Gott. Nein! Nein, da sollte man nicht zu nah dran gehen. Aber es ist ansonsten kein schwerer Kampf. Warum verfehle ich dir alle? Komm ich da drüber? Ja, gerade so. Ach komm, wie viel hältst du aus? Müsste ich im Nahkampf Blatt machen? Ich hoffe mal nicht. Nein. Eindeutig nicht. Du bist im Nahkampf die Elite, nicht ich. Ich treffe die nicht. Was soll der Kack? Komm schon. Irgendwas muss ich ja hier machen, damit ich ihn besiege kann. Das zeigt gefühlt mehr Wirkung. Scheiß, Mega-Gorilla. Alter, der Gorilla nervt mich. Dann scheiß sie halt ab. Dann scheiß sie halt ab. Jetzt habe ich sie wenigstens mal getroffen. Geht drauf. Ich muss doch irgendwas machen können hier. Ich meine, das macht ihm nicht viel Schaden. Er hat seinen Mega-Armor. Kann ich da reinspringen? Kann ich. Aber was bringt mir das? Da kommen auf jeden Fall schon mal Leichen geflogen. Nun, die Zeit dieses Hammermannes ist gekommen. Ob er will oder nicht. Das Hammer-Time. Hammer, Hammer, Hammer-Time. Ich glaube, ich weiß die Taktik dieses Kampfes. Warten bis Verstärkung kommt und soll lange hochgehen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wo ist der? Bist du wieder unten? Bist du wieder unten? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Fällt der Penner denn aus? Okay. Ja. Er ist tot. Wir haben es geschafft, Leute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schwarze Bildschirm. Stille erfüllt das leere Grab. Fort bin ich getragen. Mein Geist findet keine Ruhe. Es gibt noch so viele Fragen. Ich werde fragen, Sie antworten. Na gut. Fragen Sie. Alles klar. Kurtana und der Wurm haben eine heimliche Beziehung. Nee, Quatsch. Hoffentlich nicht. Die große Reise. Jetzt kommt wohl das letzte Level. Grüner Style. Nein, das war... Das war das Spiel. Ja, Leute. Wir haben das Spiel durchgespielt. Halo 2 ist zu Ende. Wie es weitergeht. Seht ihr dann in Halo 3. Aber nicht heute oder morgen. Ich weiß ja nicht, ob es morgen kommt. Vermutlich schon. Könnte auch was anderes kommen. Ja, ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Vermutlich Halo 3. Also, ciao. 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 Ciao.